Die Geschichte ist, kann man daran erinnern, man muss erfolgreich schöner Fußball spielen, alles Möglichste zusammen. Ich sage, ich möchte, wenn es möglich ist, auch von der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, wie wir jetzt die letzten Spiele von der Mannschaft auftreten sind, von der Art und Weise einfach mutig gespielt, gut strukturiert. Erfolgreich natürlich auch dazu, wie ich denke, dass man schon eine gewisse Zeit geben muss, den Ganzen wieder zusammenzuwachsen, ich will jetzt überhaupt keinen Druck kriegen, in die Richtung was sagen, ob ob Obersbelauf, ob Untersbelauf, wie auch immer, sondern einfach nur, ich wünsche mir, dass es eine richtig gute Mannschaft wird, dass sie zusammenholt, dass sie schnell in sich greift und dann werden wir sehen. Aber ich glaube, das ist wichtig auch vor allem das Trainerteam jetzt, dass die mit der Mannschaft dementsprechend gut arbeiten und auf meiner Seite gibt es keine Zielsetzung, sondern ich will sich die Mannschaft auch intern oder allgemein am Setzen, also da habe ich die wenigsten Einflüsse, sondern ich versuche das rund um das passt, aber wenn die Mannschaft so auftritt, wie sie im Frühjahr aufgetreten ist, dann wäre das wirklich in Ordnung 100%ig, ich kann mich früh identifizieren damit.